Es geht wieder los. Die Iserlohn Roosters aus der deutschen Eishockey-Liga sind in dieser Woche in die Saisonvorbereitung gestartet. Die ersten Trainingseinheiten auf dem Eis wurden bereits absolviert. Bevor das Team von Head Coach Greg Passo richtig intensiv in die Trainingsarbeit startet, stand erst einmal das traditionelle Shooting für das Teamfoto und die Einzelportraits auf dem Programm. Wir stellen euch das Team der Roosters vor. Wir stellen euch das Teamfoto. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020